Getroffen! Machst du das mit den anderen Jungen auch? Nein, mach ich nicht, weil noch keiner vorbeigekommen ist außer ihnen. Und wie nennt man dieses Wunder der Natur? Billi-Tees. 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 Ein faszinierendes Mädchen. Eine zärtliche Liebesgeschichte. Ein erotisches Meisterwerk von David Hamilton. Billi-Tees. Billi-Tees. Was ist los? Er hat versucht, mich zu küssen. Billi-Tees. Die Liebe eines jungen Mädchens. Wenn ich tagsüber arbeite und du abends nicht weggehen darfst, dann sehen wir uns dann. Das ist die berühmte Geschichte von der Gemüsefrau und dem Nachtwächter. Keiner weiß, wann die ihre Babys machen. Billi-Tees. Eine zärtliche Liebesgeschichte. Billi-Tees. Der erste Film des berühmtesten Mädchenfotografen der Welt, David Hamilton, mit Musik von Francis Lee. Billi-Tees. Billi-Tees. Ein Film von ausgewählter Schönheit und sinnlicher Poesie. Dieser Film ist allen jungen Menschen von heute gewidmet. Billities erwartet Sie demnächst hier.